So, Professorin Müller-Brandeck-Bouquet von der Universität in Würzburg, also lassen Sie uns das nochmal zusammenfassen. Was nehmen wir mit aus dieser Pressekonferenz, inhaltlich, vielleicht aber auch von der Form, was wir eben gesehen haben nach diesem EU-Gipfel? Inhaltlich, dass wir das beide vorher schon in etwas so besprochen hatten. Bin ich froh. Also insofern war das doch eine einigermaßen gute Vorbereitung. Ja, das ist doch schön, wenn man vor einer Pressekonferenz der Bundeskanzlerin bestätigt wird. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Aber Sie sehen, also ich glaube, wir sehen halt einfach, wir sind momentan in so einer Art Blockadesituation angekommen und die wird jetzt in den nächsten paar Tagen aufgelöst werden müssen. Die EU arbeitet meistens nur unter maximalen Druck. Das haben Studenten zum Beispiel auch an sich. Also das ist jetzt nicht wirklich weltweit was Neues. Also darum denke ich, wir brauchen, man kann auch gar nicht sehr viel mehr hinzufügen. Weil wir haben jetzt diese Positionen, die wir haben, beide Seiten, also sowohl Europäischer Rat wie Europäisches Parlament müssen sich was einfallen lassen. Also sich neu aufstellen. Ob jetzt, wir waren da vorhin schon mal dabei, ob jetzt einzelne Fraktionen im EP fähig wären, ihren Spitzenkandidaten auszutauschen. Ich meine, das sind ja auch Möglichkeiten, nicht? Aber ich glaube, da können wir jetzt nicht wirklich was sehr Sinnvolles sagen und ich glaube, die Kanzlerin hat momentan da fast alles gesagt. Und nochmal eben eindeutig gesagt, dass sie keine dieser Jobs will. Ja, das war deutlich und sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie doch darum bitten würde, dass man das auch respektiert. Also ist das, was ja häufig in den Medien so dargestellt wurde, als Schachzug von Emmanuel Macron, Angela Merkel da ins Gespräch zu bringen, obwohl er weiß, dass sie das nicht will. Also ist das vielleicht doch etwas, was europaweit entweder mehr Zuspruch findet oder was doch nochmal auch auf dem politischen Tableau ist, wenn es darum geht, Dinge zu verhandeln und deshalb bleibt das weiter ein Thema? Oder ist das ein, sagen wir mal, Journalismusproblem, dass Journalisten eben gerne dann doch nochmal nachfragen, um sicherzustellen, dass die Antwort auch wirklich so ist, wie sie ist? Weil Politiker dazu tendieren, manchmal Ja zu sagen, aber Nein zu meinen. Ja, aber Angela Merkel war ja noch nie so in dieser, also persönlichen Ambitionen nach Spitzenjobs, da war sie immer sehr aufrichtig. Ich denke, dass Emmanuel Macron auf jeden Fall wusste, dass sie nicht Kommissionspräsidentin werden will. Und dass er das Argument von gestern Nacht, wenn es Angela wäre, dann wäre es ja okay, auch wenn sie von der EVP ist, war eigentlich nur eine etwas elegantere Form erneut, die aus seiner Sicht mangelnde Kompetenz und Regierungserfahrung von Weber darzulegen. Also insofern glaube ich, würde ich das auch nicht überbewerten, sondern einfach zu sagen, seine Kritik an Weber ist ja, dass er eben über zu wenig Kapazitäten oder Erfahrungen, damit ist vor allem Regierungserfahrung gemeint, also dass ihm das fehlt. Daher muss man dann auch sagen, Macron, das war noch nie wirklich ein Kriterium für die Auswahl des Kommissionspräsidenten. Gleichwohl in der Vergangenheit waren sehr oft Ex-Regierungschefs. Also in der Vergangenheit waren sehr oft Ex-Regierungschefs.